Ach scheiße, ich pieg echt gerade aufm Highway ab, Alter. Zum Glück hab ich's noch gemerkt, ey. Achtung, Achtung! Jetzt wird's wieder heiß und fettig! Wir spielen uns wieder in der GTA 5 Custom Maps zusammen mit Miro! Willkommen! Und was ist das? Und es geht direkt los mit ner Wand. Mit ner Wand? Ja, du sagst es. Das ist bestimmt ne Verarsche, da kommt man nämlich rüber, oder? Ah doch, kommt man. Was, du? Bist du übern Checkpoint gesprungen? Nö. Ah, schade. Ich dachte, weil der am Boden war, deswegen dachte ich, du springst rüber. Ich hab überhaupt nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. Muss man hier überhaupt lang? Ich weiß es, ehrlich gesagt. Könnte sein, dass da hinten jetzt irgendwas kommt? Ne, man hätte gerade ausfahren müssen. Come on! Da war wieder so ein Boyweit oder so. Ja, da vorne ist der. Warum sind wir denn so blind, Alter? Warum bist du so blind? Ich bin hier doch nur hinterher gefahren. Ja selber, du hast mir hinterher gefahren. Bist du mir hinterher gefahren? Ja, aber nicht ganz so weit, ey. Das ist schon wieder hinter mir. Geh mal weg hier. Willst du? Was machst du da, Alter? Dich blocken. Du nimmst gar nicht das ganz rechte Ding mit, ne? Ja, hab ich irgendwie gerade verpasst. Du weißt genau, wofür das ist hier. Genau. Ach scheiße. Was machst du da? Hahaha, da probiert das. Nein, jetzt hab ich's verkackt. Nur deswegen hat das verkackt. Ne, weil ich kacke gefahren bin. Da ist er drauf. Geht's halt. Nicht runter wollen. Geht's halt. Er fällt runter. Nein, ich auch. Oh Mann, oh Mann. Du hast es doch, Alter. Ne, ich bin hinter dir. Deine Leiche ist voll gut geflogen, Alter. Echt? Oder dein, dein Wrack halt. Ne, das war unten. Oh, Alter, gerade so geschafft, ne? Gerade noch so. Ich wieder nicht, das gibt es nicht. Oh, was ist da los? Ich hätte den Zentorno nehmen müssen. Ist Hiro zurück? Hahaha. Ich glaub, du bist zurück, Hiro, oder? Glaub auch. Ah, was mach ich da? Das gibt es nicht. Alter, ich fahr genau so scheiße gerade. Ja, aber Hiro ist zurück, Freunde. Alter. Was mach ich da schon wieder? Komm schon auf die Autobahn. Ja. Ah, geht doch. Geht doch. Und jetzt? Endlich, finally. Aber ich bin noch nicht viel weiter. Ja, ist doch besser so für dich. Auch wenn ich nicht weiß warum. Ja, sonst geht's rund. Jetzt geht's aufs Maul. Ey, ich fahr... Was geht denn hier? Ne, er frisch kommt. Aha, als ob ich hier... Das ist voll kacke, ne? Da rutscht man vorunter. Bin auch drauf gelandet und dann... Mit mega slow-mo weiter gefahren. Ja, ich bin auch drauf gelandet, hab gebremst, bin dann wieder... Wo lang muss man hier... Bei Runden, ne, Alter? Ja, ja, ja. Lass, ich bin falsch gefahren. Wo bist denn du falsch gefahren? Vielleicht wirst du auch falsch, ich sag dir das jetzt nicht. Als ob ich da auch falsch war, weißt du? Kommt er mir so an. Bestimmt wieder am Anfang auf den Eibel. Ne. Und jetzt in der zweiten Runde. Ach, jetzt erst? Ja. Ich bin jetzt auch in der zweiten Runde. Aha. Ach, scheiße, ich pieg echt gerade aufs Maul. Also, ich bin nirgendwo falsch gefahren. Bist du da in dieser Gasse nicht reingekommen oder was? Ja, ich bin da vorbei am nächsten Block rein. Fuck. Schon mal verkackt, das erste Mal. Und da ist auch schon fresh. Jo, da kommt der Übers vorbeigepest. Wie zu schnell fährt er da drauf, Alter. Nein! Nein! Come on! Und ich explodiere noch. Wen will er eigentlich verarschen? Nein! Da hab ich sie hochgejagt mit der Uzi, Alter. Nein, hast du nicht. Ich hab die schon gezündet, aber viel zu früh einfach Hero-Hans. Oh, ja. Muss gar nicht respawn, aber ich tue das. Nein! Nicht rutsch, rutsch! Ich auch. Ah, got it. Got it. Komplett drauf, Junge. Komplett drauf, Junge. Oh, ein Stück höher! Das gibt's doch nicht! Was ist denn hier heute los? Nullerrunde, oder was? Nein! Nein! Du musst es aber jetzt schaffen, Alter. Frisch hat's. Ja, ich überschlag mich hundertmal, das hab ich. Aber du hast es jetzt, you're nice. Ja, ja, ich hab's. Denk dran, nicht in die Gasse zu fahren, ne? Ja, ja. Ja, das ist halt, weil deine Mutti dir damals gesagt hat, geh nie mit fremden Männern in dunkle Gassen, ne? Mhm. Deswegen darf ich ja nicht mit dem Sportwagen durchpesen, ne? Ja. Du hast da innerlich noch Angst vor, glaub ich. Du musst deine Angst endlich überwinden, Hero. Ach, da hast du die Gasse, okay. In Leverkusen passiert da nix. Das ist völlig normal. Und? Ciao! Wow! Naja. Aber immerhin hab ich den Worldwide geschafft, Freunde. Jetzt habt ihr gesehen, ich bin der wahre Skiller. Hero ist der Lappen von uns. Der wahre Skiller, der zuletzt ins Ziel kommt. Ich komm nicht mal ins Ziel, das ist ja das Lustige dabei. Man kann hier einfach unten lang fahren, man hätte den Worldwide da gar nicht nehmen müssen. Ends up? Ja. Wie arm ist das denn, Alter? Also den zweiten, Alter, ne? Ja. Ja, ja. Den Move gesehen? Perfekt. Oh Mann, oh Mann. Ja, wenn's euch gefallen hat, dann glaubt ihr noch weiter dran, weil gleich kommt die zweite Map. So, willkommen zurück. Wir haben einen Parcours am Start und natürlich ein BMX Parcours, meine Freunde. Weil Fahrräder ja nicht schon abfuckt genug sind, mussten wir auch noch ein Parcours damit machen. Und wer hat's gesehen? Body Slam incoming! Ne, ne, wie gibt man nochmal Gas? Ah, oder? Ja, ja, ich glaub. X, ja, ja, X. Ja, ja. Wie springt man nochmal? Ah, okay, ich hab's. Ah, hier. Und Body Slam? Ach als ob, er träumt halt, weißt du. Er springt halt jetzt die ganze Zeit. Ja, das boostet einen wie. Nein! Easy! Alter, es lädt schon wieder. Ah, ich hab den Punkt. Schnell weg hier, würd ich sagen. Warum ist da ne Rampe, wenn man hier lang filmt? Wohin muss man? Ach, da lang, okay. Geil, Alter. Achso, da ist ne Rampe, ja. Wahrscheinlich hätte man natürlich abkürzen können. Ach, da, okay. Nein, nicht geschafft. Sag nicht, du hast es. Nein, ich hab's nicht. Nice. Ich hab mir diese scheiß Gasse gefallen. Ich auch. Wie soll das Radio ausmachen eigentlich? Nein! Zu kurz! War man zu siegen, Junge. Hier, wo hat's? Hier, wo hat's? Komm schon! Nein! Runter gefallen? Ja. Bevor du den Checkpoint hattest? Jetzt geht das Radio immer an, ne? Beim Fahrrad? Ja, immer wenn man auf zwei... Oh nein! Pff! Juhu, ich hab's! Mach doch einfach komplett in den Einstellungen aus. Ja, kann ich jetzt nicht mehr. Ja, jetzt gerade nicht. Wobei doch, du kannst Start, Einstellungen... Nee, geht nicht. Ich guck jetzt mal nach. Einstellungen geht. Schon wieder so ne mega verarschere... Audio, Musik, Lautstärke komplett runter. Ach, geht zur Zache, okay. Weißt du, ich sag mir die Tipps an. Ja, du willst dir nur Zeit verschaffen. Verpasst deswegen die Zeit hier. Ja, ich hab doch jetzt die Zeit verschwendet. Ah, ich schaff den Jump nicht. Das gibt es nicht. Ey, ich komm hier grad auch nicht. Doch, Junge. Buggy Meister Hero ist am Start. Finally hab ich diesen fucking Checkpoint an. Oh, Paku geht weiter. Wie, Alter? Ja, leg dich aus dem Maul. Was, wie spawn ich hier? Nein, nicht schon wieder so ein Spawn. Ey, ich spawn schon wieder. Ich bin instant tot. Echt? Ja. Weil du Waffen ausgestellt hast, Alter. Hä? Wo spawnst du denn du gerade? Ja, hier. Warte, warte. Bleib mal da. Siehst du das? Bei der nächsten Rampe. Echt? Ja, jetzt fall ich durch die Welt, Alter. Ich fall durch die Welt. Also sollte ich hier besser nicht respawn, meinst du? Nee, stell dich mal bitte auf die Rampe. Siehst du mich da nicht? Ah, ich brauche auch der Rampe drauf. Jetzt... Kannst du ja mal machen. Kannst du deinen Zuschauer mal zeigen. Ey, ich muss respawn, das ist die Kacke. Ich respawn als erster. Nein, ich bin tot! Man fällt halt einfach durch die Welt, ne? Respawnst du jetzt richtig? Sonst stell ich mich da drauf. Warte. Nee. Nee, warte, ich stell mich genau da drauf, dann respawnst du vielleicht woanders. Ja. Bin woanders gespunnt. Ach, da bist du... Man braucht richtig viel Speed, glaube ich. Man braucht noch mehr. Fahren hier ganz hinten. Und dann ne Kurve fahren. Du Scheiß! Nein! Ich wollte grad sagen, Scheiß braucht man aber. Ja, aber dann gerade zu bleiben. Nein! Ich spaw schon wieder Grütze, Alter! Aha. Nee. Da fällt er. Weißt du? Ich muss mal Waffen ausstellen. Ich sag dir genau... Ja, sonst würdest du doch ebenso runterfallen. Was sagst du genau? Ich kann nicht respawnen. Ich respawns von selbst. Jeeeeeetz! Ja, jetzt hab ich mich tot. Echt? Jetzt fall ich durch die Map wieder und jetzt respawn ich bestimmt wieder normal. Muss nicht sein. Oh, ich hab den Checkpoint. Final. Nee, nee, ich komm hier nicht weg, Alter. Wie haben die denn das gebaut? Ja, richtig behindert. So'n Scheiß gibt wieder einen Daumen runter, Alter. Diese Wichser. Ja. Aber ich versuch immer schnell zu springen und so, aber... bringt nichts. bringt alles nichts. Ja, eins bringt nichts. Nee. Okay. Er fährt halt geschmeidig, weißt du? Ja, was soll ich machen? Oh, der war Wichser. Ach, come on. So. Na gut, dann mach mal zu Ende. Mach mal zu Ende. Mach mal zu Ende. Das sagt so einfach. Oh, sind gar nicht mehr so viele Checkpoints. Aber Runde eins von zwei. Nein! Erzähl doch keine Scheiße. Erzähl zur Scheiße. Ja, aber man muss irgendwo hin, wo man nicht so einfach hinkommt, glaube ich, oder? Doch. Okay, hab's geschafft. Easy! Easy den Sieg geholt! Ich weiß gar nicht, wie lang war das jetzt? Weiß nicht. Für Hardcore war das eigentlich nicht, ne? Aber Hardcore Respawn, Alter. Hiro, ich sollte übrigens sagen, du bist ein Arsch. Von wem? Ima Halimi. Hat grad einen Kommentar geschrieben. Sag Hiro, er ist ein Arsch. Habe ich live getan. Natürlich. Oh man, da wurde ich Erster. Warte mal, wer hat das? Ima? Fick dich. Ich würde sagen, wenn's euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nächste Verpassung wollt, ein Abo und über eure Kommentare freuen wir uns auch immer. Bis dann, haut rein. Ciao!